Willkommen bei der Familie Shikyaji. Du bist die Beste. Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Bokko? Wir wissen es nicht. Es hat Tote gegeben, ein Mann und ein Kind. Aaaaaaah! Frau Shikyaji, vor dem Geschäft Ihres Mannes ist eine Bombe explodiert. Hatte er Feinde? Bitte? Doch, da war eine Frau, die hat ihr Fahrrad vor seinem Büro abgestellt. Das war eine Deutsche. Ich war so deutsch wie ich. Du hast recht gehabt. Die Bullen haben die Täter erwischt. Mein Sohn verehrt Adolf Hitler. Was mein Sohn getan hat, ist burschhaft, feige, dumm. Kommt mich an die Harte! Die werden bestraft, oder? Darauf kannst du nicht verlassen, das schwöre ich dir. Ich die Fingerabdrücke der beiden Angeklagten, einen anderen, aber der war zum Abgleich nicht ausreichend und konnte nicht zugeordnet werden. Nein! Nein! ...befundene Aussage unter Drogeneinfluss stattgefunden hat. Nein! Also eine weitere Tatbeteiligung. Nein! Die sind meine Freunde. Sie haben gesehen? Sie haben gesehen? Sie haben gesehen? Sie wissen nicht. Ich bin nicht. Stay hier, du verdammt! Sie haben mir gedacht, die hätten mich in Rocco erwischt. Und Mori hätte überlebt. Der hätte das ganze Geplänke nicht mitgemacht. Ich will jetzt meine Filmsen sehen. Sie haben gesehen. Sie haben gesehen. Zürich.